Moin, mein Name ist Erik Horster, ich bin Professor an der Fachhochschule Westkiste mit den Schwerpunkten digitales Marketing und Tourismusmanagement. In diesem Video möchte ich Ihnen einmal den allgemeinen Aufbau von Google AdWords erläutern. Innerhalb eines Kontos haben Sie die Möglichkeit, verschiedene Kampagnen zu definieren. Beispielsweise könnten Sie, wenn Sie eben Medienangebote haben, das Thema Fotografie, das Thema Film definieren und dazu jeweils eine Kampagne erstellen. Wenn Sie im Bereich der Fotografie sind, dann können Sie dazu unterschiedliche Anzeigengruppen erstellen. Beispielsweise ist dann eine Anzeigengruppe Hochzeitsfotos, eine weitere Anzeigengruppe ist Babyfotografie und die dritte könnte beispielsweise Familienfotos sein. Und zu der jeweiligen Anzeigengruppe definieren Sie dann unterschiedliche Keywords. Bedeutet, Sie können Familie, Foto, Mama, Papa, Kind, Foto und so weiter als Keywords definieren in einer Anzeigengruppe und in der nächsten Anzeigengruppe eben Hochzeit, Fotografie, Brautfotos, Bräutigamfotos und so weiter. Das heißt, Sie haben dann je Anzeigengruppe eine Reihe an Keywords, die aber thematisch zugeordnet ist zu dieser Anzeigengruppe. Und dann können Sie innerhalb dieser Anzeigengruppe auch eine oder mehrere Anzeigen schalten oder gestalten zunächst und dann später schalten, die eben dann auch nur dann geschaltet wird, wenn eben diese Keywords in der Anzeigengruppe gesucht werden. Also wenn nach Hochzeitsfotografie gesucht wird, dann wird eben auch die Anzeige zum Thema Hochzeitsfotografie geschaltet, sodass Sie also die Grundstruktur einer Kampagne so sehen können. Kampagne, dann die jeweiligen Anzeigengruppen und innerhalb dieser Anzeigengruppen Keywords und Anzeige oder Anzeigen. Anzeigengruppen Vielen Dank.